Es gibt ein Sprichwort, das heisst «Denn seinen gibt's der Herr im Schlaf!» Das stammt aus der Bibel, aus dem Psalm 127. «Denn seinen gibt's der Herr im Schlaf!» Ach ja, wenn das doch nur wahr wäre! Wie gäbig wäre es doch, wenn Gott über Nacht all unsere Problemen und Schwierigkeiten einfach so aus dem Weg räumen würde. Und wie schön wäre es, wenn Gott uns über Nacht alles das würde schenken und geben, was wir gerne hätten und bräuchten. Wobei, viele wären ja schon zufrieden, wenn sie überhaupt mal wieder schlafen könnten. Schlafstörungen sind nämlich weit verbreitet. Jede vierte Person in der Schweiz leidet darunter, dass sie nicht gut einschlafen kann oder zu früh erwacht oder allgemein nicht durchschlafen kann. Und Gründe für die Schlafstörungen sind vielfältig. Es gibt medizinische Ursachen oder Lärm und Licht, die einem nicht schlafen lassen. Oder Schlafstörungen sind eine Alterserscheinung. Nicht wenige liegen aber auch stundenlang wach, weil Stress, Sorgen oder Beziehungsschwierigkeiten in der Schlafstörungen sind. Sie können zwar am Abend der Fernseh ausschalten, aber auch im Kopf flimmert es noch weiter. Was soll man da machen, wenn der Schlaf wegbleibt? Einfache Sofortrezepte gibt es nicht. Aber viele Menschen erfahren, dass es ihnen leichter ums Herz wird, wenn sie Gott das, was sie beschäftigt, mitteilen. Man kann ruhig werden, wenn man bei Gott den Ärger und der Frust deponiert. Und es wird einem leichter ums Herz, wenn man Sorgen und Probleme mal ihm mitteilen kann. Wenn man schon nicht schlafen kann, warum nicht mal das nächste Mal in der schlaflosen Nacht ein Wörtchen mit dem da oben reden? Wünschen euch heute einen gesegneten Tag und wenn es dann so weit ist, eine gute Nacht.